Wie gut, dass ich mich noch so wirklich an den Dungeon erinnern kann. Okay, ich bekomme zumindest hier wieder einen Schlüssel. Aber, wenn ich jetzt hier aufsprengen, komme ich hier glaube ich nur zur großen Kiste. Das ist korrekt, aber ich habe noch keinen großen Schlüssel. Ähm, ja. Ich glaube, ich weiß es wieder. Ich glaube, glaube, glaube. Moment, ich muss hier oben lang. Aber das Problem ist, auf dem Weg komme ich ja jetzt nicht mehr zurück. Ja. Den Kompass und ich muss einmal hier zurück. So, hier drunter irgendetwas. Ja, da könnte ich mich prinzipiell runterfallen lassen. So, erstmal das Ding hier auf die Seite schieben. Ich muss, ich muss zuerst mal den Gegner hier ausschalten. Hier drüber, aua. Hier aufmachen und hier durch. Denn ich glaube, hier rechts gibt es irgendwo den großen Schlüssel. So, einmal Türen öffnen. Komm, schieb, schieb. Gibt es hier vielleicht noch Herzen? Oh ja, sehr schön. Ich hätte diesen Weg als erstes gehen sollen. So, geht doch. Meine Pfeile, meine Pfeile, meine Pfeile. Ja, das Ding ist schneller als ich... Patsch. Einmal ins Auge geschossen. Die Frage ist natürlich, ist das jetzt der richtige Weg, ne? Nein. Oh, ich dachte echt, hier gibt es... Hier gibt es, äh, ne? Komm mal her. Dachte echt, hier gibt es den großen Schlüssel. Oh, die Dungeons sind schon so lange her. Moment. Ich habe da vorhin was übersehen. Und zwar hier oben muss ich mich ja noch durchsprengen auf zwei Seiten. Na, klasse. Geht weg. Möchtest du wohl jetzt sterben? Okay, dann hier nochmal zurück. Und doch nochmal hier nach unten, ne? Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Und wir haben hier auch noch was. Aber keinen Schlüssel nicht dafür. Ärgerlich. Hätte es den Schlüssel vielleicht da unter den Steinen gegeben? Pinker hat etwas verwirrt. Hört auf hier. So, nochmal hier lang. Einmal. Zweimal. So, geht doch. Das war doch hier, oder? Ja. Meine Bomben. Das habe ich ja völlig vergessen. Feen. Die nächste Bombe hier, bitteschön. Und da draußen, was bekomme ich da? Kleiner Schlüssel? Großer Schlüssel? Einen kleinen. So, das heißt, jetzt den ganzen Weg nochmal zurück. Ich glaube, ich mache mir das hier schon wieder völligst umständlich. Ha! Diesmal ohne Schaden durchgekommen. Könnte öfters so gehen. So, einmal durch den Teleport. Und dann möchte ich aber dennoch nochmal, meine Stimme ist heute schon wieder irgendwie total hinüber. So, lass mich mal, lass mich mal hier raus. Boah, ich laufe hier die ganze Zeit im Kreis. Das ist Wahnsinn. So, Bomben habe ich noch ausgerüstet. Ich möchte jetzt doch nochmal gucken, da ich jetzt noch einen Schlüssel habe, wo mich die eine Tür hinführt. Bombenpfeile. Wo geht es hier hin? Aha, guckt mal. Und da hätten wir auch den großen Schlüssel. So, was? Zack. Oh, der war knapp. So, dann hätten wir das alles abgeschlossen. Dann können wir uns jetzt endlich den Hammer holen. Vermute ich jetzt mal. Jetzt hoffe ich nur... Jetzt wird hier wieder der Schalter umgelegt sein, ne? Komme ich da vielleicht mit dem Bogen ran? Natürlich nicht. Hm. Okay, das heißt, nochmal im Kreislauf, ne? Nervige Biester. Ähm, hätte ich beinahe schon wieder vergessen. Ich muss den hier ja umlegen. Einmal hier nach oben. Hier durch und wieder einmal im Kreis laufen. Wir haben ja sonst nichts zu tun, ne? Mann, 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 Mann. So, einmal hier nach oben. Und hier durch. So. Hier ist wieder Laufwagen gesagt. Räms. Au, wa. Geh weg. Kusch. Hätte ich ja beinahe übersehen, den Kleinen hier. So, ziemlich links halt, ne? Nein, aber... Genau, zünde mich doch an. Böses Biest. Und wir bekommen endlich den Hammer. So, her damit. Und den rüsten wir natürlich auch gleich mal aus. So, hier lang, hier lang, nach oben. Dann ging es hier durch. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Hier nach oben. Genau. Geht doch. Ne, du kannst doch mal schön drin bleiben. Ich hebe doch jetzt nicht hier so einen Schädel hoch, ne? Ah, ist das angenehm. Karte. Da komme ich wieder raus. Nur mal kurz da nach unten, ne? War hier noch irgendwas? Ah. Komm, geh weg. Aua. Schlüssel. Ein Pfeil. Wow. Also langsam wird es echt Zeit, dass wir irgendwie ein bisschen Geld ausgeben oder so. Wir können nur noch nicht mal 30 Münzen mitnehmen. Das ist nicht schön. Das ist echt nicht schön. Mal kurz auf die Karte gucken. Da ist der Boss. Ich muss... Ich muss dann eigentlich da runterfallen, ne? Aber uns fehlen noch... Äh, uns fehlt noch ein bisschen was an Räumlichkeit. Ne, halt. Was? 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 Da kann ich ja da gleich durchgehen. Da war ja was. Oh, dieses Piepen. Es ist so anstrengend. Denn hier war ja noch was. Ach ja. Hier schon wieder. Und da geben sie mir nicht mal Herzen. Aber nein, 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 nein. Jetzt aber aufpassen. Ein Herz noch. Mein Hammer. Komm, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir Herzen. Ja. So. Bogen ausrüsten. Zack. Oh nö. Bomben. Bomben. Ja. Ich glaube, hier brauche ich gleich wieder meinen Hammer. Herz. Herz. Oh. Ich möchte nicht sterben. Herz. Nein. Oh, die werden ja schneller. Da war ja was. Oh. Zum Glück habe ich eine Fee dabei. Okay. Die geben aber auch keine Herzen. Das ist faszinierend. Was bekam ich denn hier denn eigentlich noch? Ach, Teleporter. Ach stimmt. Ich musste mich da nicht runterfallen lassen. Sondern ich musste mich da ja teleportieren oder so. Nein. Du auch nicht? Nein. Ha. Und da komme ich zum Boss. Uh. 999 Rubine. Das heißt, alles was wir jetzt mitnehmen, ist für den Arsch. Man könnte das zwar auch mit Bomben machen, aber werden wir jetzt auch machen. Aber ja, genau. Sprenge ich mich selbst. Bogen, denn ich möchte hier nicht sterben. Ach, ich habe ja noch eine Fee dabei. Ha. Das war das sogenannte Dauerfeuer meines Bogens. So, mein Herzteil. Und da bekommen wir unsere erste Nachfahrin. Blaise, ich danke dir. Durch dich konnte ich den grausamen Monstern entrinnen. Erst war dies das goldene Land, wo sich das Triforce, die goldene Macht, befand. Doch als Ganon, der Anführer, der Diebe, sich diese Macht zu eigen machte, verwandelte er das goldene Land in die Schattenwelt. Nun will er Hyrule erobern. Mit unseren Kräften hatte das Siegel am Tor nach Hyrule gebrochen. Doch das Tor ist noch nicht ganz auf. Wir haben noch eine Chance. Wir sieben Mädchen, allesamt Nachfahren der Weisen, können gemeinsam den Zutritt zu Ganons Versteck öffnen. Ich sage dir nun, wo die anderen Mädchen festgehalten werden. Mit dir wird es uns gelingen, Ganon zu bezwingen. Dann kann ich wieder ich selbst sein. Hast du alles verstanden? Ja, aber natürlich. Möge der Weg des Helden zum Triforce führen. Ping. So, wir werden mal gucken. Wir wissen natürlich, wo die ganzen Dungeons sind. Wir werden sie alle nach der Reihe machen, wie sie hier angegeben sind. Aber ich werde hier in dem Sinne für heute Feierabend machen. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns zur nächsten Folge von The Legend of Zelda A Link to the Past. The Legend of Zelda A Link